Hey Leute, spontane Aufnahme, Minecraft, allround. Und zwar im Modus Smash. Und zwar haben wir diese geile Secret Map, die wir in der Lobby gefunden haben, einfach mal ausgewählt und nehmen wir es einfach spontan auf. Ich bin schon bei einer Alter, die ist richtig gestört, ey. Oh Gott, Alter. Ich bin tot. Alter, wir haben 18 Leben. Oha. Oha, oha, oha. Yo. Oha, dann haben wir direkt die zweite Folge. Komm her, gibt es eigentlich Items? Ja, gibt es eigentlich. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Sind hier keine Leute drin? Außer uns. Oh. Oh, oh, oh. Nein, nicht mit mir. Oh, jo. Oh, oh. Ja, flieg. Oh Gott. Wo bist du hin? Ja, ich konnte nicht springen. Ja. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja in der Map, ist dieses Item einfach overkill. Raketenwerfer? Nein. Ja, der auch. Wo bin ich? Ey, du hast die auch gehabt. Ja. Yo. Lass mich noch erwischt. Ja, aber leider nicht getötet. Das ist ja verlustig geworden. Alter, ich bin so gut wie tot dadurch. Echt? Natürlich, weil durch den Rückstoß, hier kann man das ja. Komm her. What? Yo. Alter. Stimmt, ich habe noch die Smash-Attacke hinterher gesetzt. Das ist ja richtig uncool. Alter. Alter. Boah, was ist denn das für eine Map, Alter? Yo. Flieg. Ich habe gerade Minecraft irgendwie ge... Nein. Oh nein, 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 nein. Was machst du denn? Ich habe irgendwie gerade ge... Oh Gott. Oh nein. Leute, nein, verzeiht es mir. Grafikeinstellung. Ja, genau. Ja, das kann ich auch. Du kleiner Pussy. Junge. Ja, genau, Alter. Verpiss dich, Mann. Der eine erwischt mich erst mal. Ja, läuft bei mir, ne? Ich bin tot, ey. Helper, bei mir fliegst du. Tschüssüss. Da fliegst du. Alter, die Map ist overpowered. Also die ist echt crazy, Alter. Die Map ist overpowered. Die Map ist overpowered. Weißt du, was die Map alles kann, weißt du? Die kann sogar... Kann sogar... Kann man sogar spielen. Krass, ne? Du fliegst bei mir, gell? Also die Map kann einiges. Ja, genau. Jetzt nicht mehr. Wie ich einfach genau dir hinterher geflogen bin und du diese Wolke aufgemacht hast. Nein, ich werde sterben. Und du die Wolke einfach aufgemacht hast, Mann. Ich bin einfach genau hinterher geflogen. Oh Gott. Glaub mir, was ich mach. Wo bist du? Yo! Hä? Ich kann nicht springen. Oh! Oh Mann, Alter. Alter, ey. Ey, was war das denn? Bakayaru, konuyaru. Ey. Oh Mann. Fick dich! Ich bin so inkompetent. Wir müssen uns noch registrieren bei Schardburg, gell? Müssen wir das? Ja, dann kriegen wir erst die Experience dafür. Ach so! Ja, Leute. Dann machen wir das gleich mal einfach. Fällt mir gerade auf. Krasse Scheiße. Ach so, und man kann halt quasi dann auch ohne Geld zu bezahlen diese Experience sammeln, um halt sowas... Oh. Dass ich so richtig behindert, ey. Oh Gott. Ja, Leute, vergesst, was wir gesagt haben. Wir sind scheiße dumm. Aber das hat alles damit zu tun, dass wir... Hallo. Hallo. Oh. Versuch mal, was wir jetzt versuchen haben. Einfach dieses... Boah, Alter, hab ich geflunken und noch überlebt habe. Interessante Geschichte, Bro. Krass, ne? Nein. Alter, hier wär so ne... Alter, wir werden so... Die Frack-Kronade wär hier, glaub ich, richtig über... Boah, Junge, Similarity, Alter. Alter, 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 man, da konnte ich nichts mehr machen, ey. Mit... No risk, no fun, no risk, no fun, no risk, no fun, no risk, no fun. Ich konnte nicht mehr springen wieder, das ist sauerkacke auf der Map-Bug, das so richtig rum. Wer ist... Lol. Da... Ey, da ist einer in... Ey, geil, ich bin runtergefallen. Wer ist Mark Hub? Ja, frage ich mich auch die ganze Zeit. Spectator, oder wie? Mark Hub. Ja, ich hab dich noch getroffen, einfach von da hinten. Ich weiß nicht, hast du... Hast du Wolfenstein gespielt oder irgendwie ein Lichtblätter von gesehen? Dööö. Da hieß auf jeden Fall einer in dem Spiel, die hieß Max Hass, irgendwie, keine Ahnung, das hat mich gerade daran erinnert, dieses Mark Hub. Ja! Ich kann nicht mehr springen eben. Das ist voll komisch. Ist das bei dir auch so? Ja, hin und wieder, aber das passiert, wenn der... Ohohohohohohohohoho! Hallo! What do fuck? Gott, nicht das Ding! Ja! Wie ich da einfach so richtig behindert stand und du kommst da so rüber gesprungen. So voll selbstsicher und dann einfach... Junge! Oh! Nein! Ich mag's, wenn die Sonne aufgeht. auf der map könnte man bestimmt cool die schäler benutzen stimmt ich könnte eigentlich mal schnell installieren ja habe ich mir auch schon gedacht also steckt bei mir im boden drin ich dachte fest drunter wer fällt denn hier nicht runter ja geil das war ein skillshot yo skillshot hallo ich lebe! Yes, ich habe überlebt. Ich bin cool. What the fuck, immer wenn ich über das Eis renne, kann ich keinen Doppelsprung machen über diese mittlere Plattform. Ist das vielleicht normal? Oder ist das vielleicht so gewollt? Oh. Junge. Ein paar mehr Items werden schon cool auf der Map, fände ich. Das würde einfach nochmal alles viel geiler machen. Vor allem der Raketenwerfer, der wäre richtig geil auf der Map. Da wird man einfach instant tot. Ja, ich weiß. Deswegen wäre der ja auch richtig geil. Alter, du Lacker, du bist hochgesprungen. Ich habe jetzt halt all meine... Junge, das war gerade richtig dumm, der Tod, Alter. Ich konnte schon wieder nicht springen. What the fuck? Reloadet sich die Feuerblume eigentlich, oder? Nö. Oh, das war voll blöd. Schaut mal, was ich hier mache. Ich dachte, ich habe schon ein bisschen... Hey, wo bist du? Ach, da. Oh nein. Boah. Das wäre so geil gewesen, als in dem Moment so die Wolke weggegangen wäre und du dann einfach durchgefallen wärst. Ja, genau. Hau mir in die Fresse. Hau mir in die Fresse! Boah, so viele Leben runter zu hauen, das schafft man gar nicht. Okay, ich bin gleich. Alter, ich habe ein paar Sekunden, geil. Ich weiß, deswegen. Das habe ich ja gerade gesagt. In der Zeit. Verdammt. Okay, tschüss. Tschüss, mate! Ich habe verloren, ja! Du schaffst doch sehr wohl in der Zeit. Hier sollte es in so einer Smash-Runde anders sein. Ich habe mal wieder verloren. Klickt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr diese geile Map feiert, die jetzt einfach mal voll monoton war. Aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Minecraft allround wieder und... Da unten hängt noch der Leon rum. Jetzt ist er, glaube ich, gleich hier. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! 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 다